Wenn man Server virtualisiert, bedeutet das, dass man weniger Hardware einsetzen muss und man mehrere Serveranwendungen auf einer Hardware installieren kann. Und wenn man das macht, ist natürlich am Ende der Energieverbrauch deutlich geringer und auch die Anfälligkeit deutlich geringer. Und da hat uns Dell entsprechend beraten, dass wir entsprechende Server auch installieren konnten.